Willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, dass ich das jetzt schon wieder nachkommentiert machen muss, aber ich hatte sechs Aufnahmeversuche und in einem hatte ich dann Typen drin, wo eigentlich lief es ziemlich gut, in Bad Wars, dann hatte ich Typen drin, die im Chat geschrieben haben, hey, lass mal gegen Gamer for All Team, der hat Gold und ich dachte mir so, danke guys. Und Zehner, die haben das im fucking Public Chat geschrieben. Zehner, die werden trotzdem nicht gebannt auf Gomme. Schreibt mir halt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass die auf Gomme gebannt werden. Ich glaub's im Leben nicht, weil es ist fucking Gomme, du musst schon irgendwie, keine Ahnung, du musst schon, wenn du Killaurer hast, bist du vielleicht für Teaming gebannt, das ist so Gomme-Logik halt einfach. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Meine sechste Aufnahme seht ihr jetzt im Hintergrund eine echt geile Runde Skywars, beziehungsweise ich glaub, wahrscheinlich werden es sogar zwei echt geile Runden Skywars, je nachdem wie viel ich laber oder wie wenig ich auch laber. Also würde ich mal sagen, let's go, damit ich euch eine Runde Skywars vorenthalten kann. Das ist jetzt so mein Ziel des Tages, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es jetzt schon wieder nachkommentiert ist. Ich will das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Allerdings hab ich halt einfach das Problem, ich weiß nicht, ob ich so krass aus dem Kommentieren rausgekommen bin von einem Monat, keine Videos aufnehmen, beziehungsweise ich hab glaub ich schon länger als im Monat nicht mehr wirklich was aufgenommen. Auf jeden Fall bin ich in den Aufnahmen einfach nicht zu Potte gekommen, deswegen werde ich euch das jetzt einmal so erklären, was ich zu sagen hatte und das ist im Grunde genommen sehr simpel. Ich hab vor zwei Tagen das Video hochgeladen, dass ich gesagt habe, dass ich wieder da bin und dass ich mehr Videos machen will. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich einen so konkreten Plan, in welche Richtung es gehen soll. Ich hab euch gebeten und darum würde ich euch auch jetzt nochmal beten, 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 deutsche LK, Digga. Ich hatte euch gebeten, so jetzt mal mit richtigem Deutsch, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Das kann ein Spiel sein, das kann ein Format sein, das kann ein Spielmodus sein, das kann irgendwas auf einem bestimmten Server sein, das kann ein Aufnahmepartner sein. Also schreibt mal wirklich einfach, was ihr sehr gerne sehen wollen würdet, egal was, schreibt alles, was euch jetzt in den Sinn kommt, einfach mal bitte in die Kommentare, das würde mich extrem freuen. Aber ich habe gesagt, ich möchte mehr Videos machen, aber ich hatte noch keinen konkreten Plan, wie es weitergehen soll. Ich hab nur gesagt, ich möchte mehr Videos machen bis zu meiner möglichen Prüfung, da muss ich dann natürlich nochmal was lernen, damit die halt auch gut wird. Aber ich habe gesagt, ich möchte mehr Videos machen. So, inzwischen habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und jetzt habe ich auch einen konkreten Plan, wie ich mir das vorstelle. Nämlich soll es wie folgt für mich aussehen. Ich möchte versuchen, mindestens alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Es kann auch sein, dass an zwei Tagen in Folge Videos kommen, zum Beispiel heute und morgen. Morgen um 18 Uhr kommt ein richtig geiles Video, ein richtig lustiges Video. Bad Wars mit Tim und mit Minian, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, weil es ist echt richtig lustig geworden. Abonniert mich am besten, dann verpasst ihr es nicht. So, aber wie gesagt, es kann sein, dass es an zwei Tagen an Folge Videos kommen wird, aber ich glaube es eigentlich nicht, weil mein größtes Problemmoment ist, bzw. meine größte Sorge ist, genug Aufnahmen zu finden, weil meine Aufnahmepartner haben entweder keine Zeit, keine Lust oder eine Mischung aus beidem. Und daher ist, wie gesagt, meine größte Sorge, dass ich halt einfach nicht genug Aufnahmen bekommen werde, die man halt auch in der Zeit schneiden kann, weil klar, ich könnte jetzt irgendwie hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt das Matchmaking, aber an dem Matchmaking schneide ich dann irgendwie 15, 20 Stunden. Und ja, theoretisch haben zwei Tage mehr als 15 Stunden, aber trotzdem habe ich einfach nicht die Energie, um an zwei Tagen 15 Stunden zu schneiden. So, aber wie gesagt, ich versuche alle zwei Tage ein neues Video zu machen. Ich habe schon ein paar Videos fertig, wie zum Beispiel das Video, was morgen kommt, hatte ich ja bereits gesagt, morgen 18 Uhr kommt ein geiles Video. Dann habe ich noch ein Video mit Hayden, was unglaublich lustig ist. Ich würde sagen, das ist einer meiner geilsten Wimians, also das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, deswegen abonniert mich einfach. Dann solltet ihr, wenn ihr auch die Glocke anmacht, Benachrichtigungen bekommen, wenn Videos draußen sind und dann solltet ihr nichts verpassen, weil die Videos sind wirklich zu geil, als dass man sie verpassen sollte. Ich würde mir jetzt mal sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe, glaube ich, nicht mehr weiter zu sagen. Folgt mir unbedingt auch auf Twitch, macht da die Glocke an, wie gesagt, abonniert mich, macht auch hier die Glocke an, würde mich mega freuen. Folgt mir auf Twitter und auf Instagram, ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Das würde mich unglaublich supporten und teilt das Video auch sehr gerne oder teilt auch meine anderen Videos. Also, wenn euch einfach irgendeines meiner Videos gefällt, dann teilt es sehr gerne auf euren Social Medias, schickt es auch in Freunden. Das würde mich so unglaublich krass supporten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, morgen, 18 Uhr, auf gar keinen Fall verpassen. Es ist richtig lustig geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.